moin leute was geht hier ist euer geist heute in diesem video möchte ich euch alle tie jäger abschlussstellen zeigen die es hier auf der map gibt leute und zwar sind das ganze fünf stück leicht zu erkennen durch den aufsteigenden schwarzen rauch und zwar bin ich schon hier beim ersten leute bei steamy stacks marke ich euch mal auf der karte hier ist dann die erste abschlussstelle und dann gehen wir weiter zu zweiten so leute die zweite abschlussstelle ist hier oben bei holly hedges so leute die zweite abschlussstelle ist hier oben bei holly hedges und zwar genau hier merke ich euch auf der karte noch mal damit ihr das alle noch mal sieht hier ist dann die zweite abschlussstelle auf geht's zur dritten so leute die dritte abschlussstelle befindet sich hier bei salty springs hier oben sieht man wieder an dem aufsteigenden rauch so hier nochmal auf der karte markiert so leute die vierte abschlussstelle befindet sich hier bei slurpy swamp hier unten auf der markierung seht ihr auch wieder direkt an den aufsteigenden rauch hier unten leute sitze ich die markierung mal genauer und zwar genau hier die letzte abschlussstelle befindet sich hier oben bei retail auf dem eisberg ist nicht zu übersehen das ganze blende ich euch noch einmal auf der karte ein und zwar genau hier leute auf diesem eisberg ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch einen daumen nach oben da leute wenn nicht ein abo und ansonsten bis zum niss ma mas gut ciao